ja willkommen mein name ist daniel röpe und ich begrüße euch zurück zuletzt bei tales of cilia ja ich kann verdammte fisch nicht finden ich weiß nicht wo das dritte fisch ist und was mir noch fehlt also das zweite fisch bei mails noch fehlt aber egal wir gehen erst mal zum nächsten fisch ich habe mir diesmal ein gericht mit 100 prozent mehr erfahrungspunkte reingeballert steuer wieder rohn hat ja letzt mal gut geklappt und wenn ich mich irre dann ist da hinten das fisch dafür dass wir suchen und ja das letzte finde ich bin bin ich wahrscheinlich beim nächsten mal nachgucken oder irgendwie so hat aber gegen 18 tonne erfahrung ich glaube wir kommen mir lehrt spricht sonst immer über die geschwäche rüber war ich war jetzt dabei das ja irgendwie so gespräch logisch nicht werden einfach das hier weil es bringt zwei ganz mal ganz was klar näher was so mit klauen das war es wie absorbiert ihr bist jetzt resistent gegen was ich ein bisschen geheilt kann das sein du blöde sauer kann ich einfach wieder feuerweiß wenn du so spielen willst dann kann ich auch und was irgendwie eine chance was zu machen sind mitten da rein schon wieder ein schwäch ich habe jedes elementen zauber das alte mann alles kann was ist immer noch ja durch tut irgendwie macht hier alleine angehen damit sind so auf die hier wo ist das aber man hat es glaube ich gemacht Uuuun du bist jetzt gegen Ehrde schiebt Dagegen habe ich da auch was von Ratio Farben, Aua Get mir hoch, danke Aua Ah cook, mach mal den so Sack Immer noch 5 geduld Wir sind Verrraa Ab farme laser Und 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 wie mein gott da muss ich erst das hier einsetzen mann darfst du auch also ruhig angreifen muss nicht unbedingt bei meiner nähe sein er verschwindet jetzt alle und 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 natürlich was klar wenn du bock nämlich advent der beschwörer wo das letzte fisch ist wird wohl für immer ein geibes bleiben wir haben gegner forscher und teufelsruten berger gehst du weg du slender ender was weiß ich mein slender ender den fand ich gut okay was haben wir noch hier zurückgelangte kraft oder ich kann nur 50 bis den letzten chance zu gehalten das ist verflucht normal im bar aber ich möchte mir so mehr wer weiß wie viele punkte ich hier noch bekomme ich vielleicht bekomme ich irgendwann keine vielleicht kann ich ja nicht alles hier lernen da hat wir echt wie es hat haben wir noch intelligenz der satzbank ich bin ich glaube ich war dass sie hingehen glaube ich weiß jetzt nicht was sonst so ist was ich dann wenn die nur 3 prozent ja manchmal schlecht aber gleich fp wegen seiner erholungsfertigkeit so kommst du mal hier heilalung genau so ist das ding aber ich habe schon gegen hier gegen irgendwelche monstern kämpft gentle gentle kloren aber ich weiß nicht mein gott wie viel erzeugt hat ich weiß nicht warum das nie als treff erzählt ich bleibe durchgehend da ich bin auch noch durchgehen okay was als aus hier können ja wir können hier aus wenn ich das jetzt meine hauptanlegestelle immer so was können wir noch machen nicht hier da gibt es denn noch was wir machen können ich weiß jetzt nicht in der gerüchte vom volk von den löser wir sehen sind immerhin andere trete man auch mal nicht eigentlich dann wird gehen wir mal nach olympius olympius wenn wir schon so gesagt wird dann gucken wir mal hier gibt es irgendwie ohnehin stimmigkeiten nein nur einen alten mann aber wir wurden separatiert her hair and eyes look just like mine unfortunately we don't know this city very well there you are len what are you doing here what sort of child is still getting lost when she's 18 years old me you're the one who got lost did you forget where we were supposed to meet oh did i honestly i don't know how you keep a nursing job when you can't even stick to a simple schedule sie sind ja auch nur was sie noch überhaupt nicht aus wie menschen und plötzlich carry sie sie sind sie sind wie praktisch sie haben wir erst von carrie gehört und jetzt ja fast als wäre es geplant das geht glaube ich schon noch weiter was für ein riesiges haus das geht was für ein riesiges haus was für ein riesiges haus wir suchen wir driselle also mit wir suchen die wir suchen wir suchen jetzt wir suchen wir suchen machen nach diesen wie ich irgendwann mal und ja dann würde ich sagen wir sehen uns im nächsten part wenn wir hoffentlich das letzte gefunden haben ich bedanke mich fürs zu sehen und sage tschüss